Aus Oslo ist mir jetzt Rebecca Borsch zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Borsch. Was weiß man denn mittlerweile über den Täter? Ja, guten Morgen. Man weiß immer noch nicht sehr viel über den Täter, außer dass er eben wohl eine dänische Mutter hat und in Kongsberg wohnt, 37 Jahre alt ist. Die Polizei hat noch keine weiteren Details bekannt gegeben, ist es aber für heute Morgen eine neue Pressekonferenz anberaumt. Können Sie ein bisschen die Situation im Land beschreiben? Wie ist die Stimmung? Wie geschockt ist das Land auch? Ja, das Land ist sehr geschockt, auch weil ja heute eine neue Regierung antreten wird, eine sozialdemokratische Regierung. Und vor zehn Jahren waren es ja auch die sozialdemokratischen jungen Politiker, die unter Angriff standen. Das weckt schon schlimme Erinnerungen. Aber es ist eben auch schockierend zu hören, dass in dieser kleinen, sehr friedlichen Stadt ein Mensch über eine halbe Stunde durch die Innenstadt gewandert ist und wahllos Menschen angegriffen hat, so wie es aussieht. Die Anwohner mussten sich verbarrikadieren, haben Schreie gehört, haben wohl zum Teil auch Einzelpersonen gesehen, die dann verletzt durch die Stadt gegangen sind. Das sind ja doch schockierende Szenen für die meisten Menschen. Wie geht man jetzt bei den Ermittlungen weiter vor? Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, ermittelt man auch in verschiedene Richtungen, vermutet man möglicherweise auch ein terroristisches Motiv? Ein terroristisches Motiv wird zurzeit jedenfalls nicht ausgeschlossen. Es ist bekannt, dass der Täter heute Morgen gegen 5 Uhr wurde er verhört, mehrere Stunden wohl in der Nacht, und zeigt sich kooperativ. Man hat auch einen Verteidiger für ihn jetzt einberufen. Die Polizei möchte davon aber noch keine Details weitergeben. Aber der Täter scheint kooperationsfähig zu sein und hat wohl auch die Tat im Detail der Polizei gegenüber erklärt. Ich nehme also an, dass im Laufe des Tages da mehr Details kommen. Es wurden ja auch zwei Personen verletzt. Gibt es Informationen darüber, wie es Ihnen geht? Die Personen liegen wohl auf der Intensivstation in Drammen, das ist die größere Nachbarstadt. Eine der Personen ist ja ein Polizeimann, der allerdings nicht im Dienst war zu dem Zeitraum. Der befand sich wohl in dem Supermarkt und wurde dort angegriffen. Keine lebensgefährlichen Verletzungen, das war zumindest heute Morgen der Stand der Dinge. Rebecca Borsch, herzlichen Dank für diese Einschätzungen aus Oslo. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.